Scary Doll, wir spielen jetzt ein Fortnite-Horrorspiel, Bruder, noch nie in meinem Leben wusste ich nicht mal, dass man in Fortnite-Horrorspiele spielen kann. Sag ich euch ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Fortnite-Horrorspiel gruselig ist. Das ist dieses Scary Doll? Gar nicht scary. Los geht's. Junge, ich bin Son Goku. Alles klar bei dir? Ah, okay, wir müssen diese... Wir müssen den Schalter finden, mit dem wir irgendwas anmachen anscheinend. Ist hier der Schalter vielleicht? Okay, man kann auch schnell laufen. Ah! Ah! Oh! Oh! Hier ist eine Gesackgasse. Ich muss hier lang, oder? Er ist hier irgendwo. Er ist hier lang gegangen auf jeden Fall, aber ich muss hier lang, glaube ich. Digga, da ist nur eine Tür. Lauf ich direkt auf ihn zu? Ist es dumm, was ich mache? Anscheinend nicht. Ich habe das Gefühl, ich gehe richtig. Da ist er. Er guckt mich an im Dunkeln, ich sehe es. Aber er sitzt. Ich würde ganz gerne vorbeigehen. Schnell weiter. Schnell weiter. Hier. Ab. Escape. Oh nein. Wir müssen jetzt irgendwie wegkommen. wir müssen jetzt schnell weg kommen er ist nicht mehr da wo er vorher war da bist du glaube ich links lang geht nicht auf ich kann die Sprinten ich will eine Minidor Puppe hallo es ist weg ich muss sie finden ich verstehe da ist noch eine hier ist noch eine hier ist noch eine da war er ich glaube wenn ich in den Räumen bin bin ich sicher glaube ich versteckt mich hier ist hier noch eine Puppe wenn ich keinen Zaun behöre laufe ich da ist noch eine Puppe und los und los Warte, das macht keinen Sinn. Schnell weg. Digger, ich habe fünf. Wo sind die anderen Puppen? Habe ich jetzt nicht überall nachgeguckt, Chad? Hier war ich doch nicht, oder? Nee. Huch. Schicker. Okay, ich brauche nur noch sechs Puppen. Ich habe die meisten gesammelt. Wow. Das war knapp. Hey, da ist er. Lauf schneller. Ich kann nicht springen. Alter. Alter. Das war knapp, Bro. Oh mein Gott. Ich glaube, es war noch nie irgendwas in meinem Leben so knapp. Ich konnte nicht mehr sprinten. Er wird doch schneller, habe ich das Gefühl. Okay, noch vier Stück. Da ist er. Okay, hier haben wir alles abgegraset. Es fehlen noch drei Stück. Das heißt, irgendeine Reihe haben wir komplett vergessen. Okay, hier waren wir schon. Boah, Digga, manchmal ist es leise, obwohl er direkt in der Nähe ist. Hier vielleicht? Ja. Das ist neu. Noch zwei Stück, Jack. Noch zwei Stück, dann habe ich alles. Digga, einer schreibt, der hat einen fetten Arsch. Digga, ich hoffe, er kommt nicht hier lang. Ich habe gerade keinen besseren Platz, um mich zu verstecken. Okay. Die Tür ist zu. Okay, ich habe trotzdem noch alle, ähm, elf, die ich vorher hatte. Aber es fehlen noch zwei weitere. Es fehlen noch zwei weitere, Digga, wo kann ich das jetzt kommen? Digga, ach, es sind mehrere. In welchen Räumen war ich noch nicht, Chad? Hat einer den Überblick? Wo war ich schon? Ich graue mich ja nicht mal rauszugucken. Hier war ich auch zum Schluss. Wer ist da? Er wartet noch rauszulaufen. Komm schon. Lauf schneller. Ja. Ich glaube, nur noch einer. Nur noch einer. Ich brauche nur noch einen. Hier, hier, hier. Ja, da ist er. Da, wie sehen wir, Chad, Jungs. Oh, shit. Sie do open. Schuhe, 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 schuhe. Ich schwöre, da ist er doch. Ich höre gar keine Monster mehr. Aber ich sehe doch, wie der da chillt. Und los geht's. Ich sprinte nicht, sobald ich ihn nicht sehe. Mein Sprinten ist schon weg. Mein Sprinten ist schon weg, ich schwöre. Ich hab's doch so clever gemacht gehabt, hä? Ich hab' meinen Sprinten extra nicht benutzt. Und es hat nichts gebracht. So clever gehandelt, aber ich werd' bestraft. Ohne Sinn. Ein Ohne Sinn in den Chat. Ohne Sinn. Güney, mach mal ein Ohne Sinn Emote. Ohne Sinn. Jetzt, wenn der Ton kommt, guck, Chad, wie ich sprinte. Ich hör' nichts. Ach, lol. Ich glaub', der musste uns packen anscheinend. Das war einfach so gedacht. Oh mein Gott. Haben wir's geschafft? Ich glaub', wir haben's geschafft, oder? Digga', hier ist eine richtige Baustelle. Obwohl das ganze Haus fertig ist. Warum ist dann... Das macht gar keinen Sinn eigentlich. Okay. Ich glaub', wir haben das Spiel durchgespielt. Thank you for playing, Digga, Alter. Bruder, was war das für heute? Es war gar nicht gruselig. Es war nur dumm. Es war nur dumm. Es war nicht gruselig. War dumm, Digga. Hä? Man sollte verlieren. Man konnte nur verlieren. Hä? War quasi dafür da, dass man verliert. Einfach nur. War. 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 Vielen Dank.